Hallo und willkommen zu Gagswold. Heute zeige ich euch ein bisschen was vom Bruder, weil die Bruderwelt braucht noch eine Bank. Und das hier ist noch für unseren Krankenwagen. Und jetzt machen wir das erste Mal aus. Was sind jetzt die Sachen, die dabei sind? Ich zeige euch mal alles in Einzelschrittern. Wenn ich die Sachen nochmal von der Frau abgemacht habe. Das hier sind die ganzen drei Verbande. Kopfverband, der Armverband und der Fußverband. Die kann man natürlich auch für die Frau dran machen. Das ist eine ganz normale Bruderfrau. Das hier ist der Sanitäter. Ist auch eine ganz normale Bruderfigur. Und noch die Sachen für den Sanitäter. Die Sanitäterbox zum Beispiel. Die Sachen gehören noch dazu. Das sind die Spitze für die Frau. Das hier kommt jetzt da rein. So und jetzt öffnen wir die Frau. Die Hauptsache, es ist alles dabei. Wir müssen dabei noch ein bisschen sortieren. Da fehlt ein Räubern. Okay, hier sind jetzt viele aufgelaufen. Ja. Okay, hör auf mit dem Quatsch, du sollst, da rauf, also wir werden das einfach mal so machen. Die sind so total schwer dran. Hups, jetzt geh ich. Gut, drin sind sie jetzt. Das ist schon mal so. Jetzt guck ich mal, wie das Teil da drin ist. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018